Atomwaffen. Indien testete erfolgreiche Rakete. Komisch, internationaler Protest blieb aus. Neu Delhi. Indien hat am vergangenen Donnerstag erstmals eine Interkontinentalrakete erfolgreich getestet, die einen Atomsprengkopf transportieren kann. Einen internationalen Aufschrei gab es nicht. Eher im Gegenteil. Obwohl Indien dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist, wird das seit den 60er Jahren laufende Atomprogramm des asiatischen Staates vom Westen stillschweigend geduldet. So viel Glück hat Ahmadinejads Regime im Iran nicht. Warum wohl? Die NATO erklärt erst einen Tag vor dem Raketentest, dass von Indien keinerlei Gefahr ausgehe. Das Land ist dank seiner boomenden Wirtschaft erst vor kurzem in den Kreis der G20-Staaten aufgestiegen und entwickelt sich zunehmend zu einem Machtfaktor in der Region. Schon 2005 entwickelten die Europäische Union und Indien eine umfassende politische Erklärung und einen Aktionsplan für eine strategische Partnerschaft. Ziele dieser Kooperation sind unter anderem die Terrorismusbekämpfung, die Konfliktprävention und die Stärkung der Menschenrechte. Die US-Regierung forderte im Gleichklang Indien zur Zurückhaltung auf. Russland und Pakistan reagierten bisher nicht. Das chinesische Außenministerium erklärte zuvorkommt, dass beide Länder in einer freundlichen Beziehung zueinander arbeiten, um gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region sicherstellen zu können, wie die Agentur Reuters meldet. Offenbar gänzlich anders sieht dies die indische Regierung. Sie begründet ihr Atomprogramm mit einer wachsenden Bedrohung durch China. Die Regierung in Neu-Delhi rüstet seit Jahren auf und unterhält mittlerweile die zweitgrößte Armee der Welt. Im größten bisher bekannt gewordenen Waffendeal kauften die Inder 100 moderne Kampfjets aus Frankreich ein. Demnächst verfügen sie über ein erstes Atom-U-Boot. Nach dem Atomwaffensperrvertrag dürften nur die fünf UN-Veto-Mächte solche Waffen besitzen. Israel ist das einzige Land, das dem Vertrag nicht beigetreten ist, aber dennoch welche besitzt. In Gnaden des Westens gehört nun auch Indien dazu.